hab schon mehr vergessen als du je gewusst hast oh ich wurde beschossen okay ist ich oh ja da hinten ist einer mache ich schon auf hier kommt rein kommt rein eine wunderschöne guten morgen und willkommen bei staffel 20 mit der folge 31 zusammen nur noch mit überlebenden schlemmerchen und energie wie klein ich habe es auch gerade gesehen ja wir wollten eigentlich und wir treten es gleich in die nächste falle 10 darauf dass dann schon drin ist oder es gar nicht drin ist das nur noch müll drin ist was soll das denn als ansage haben die das jetzt ernsthaft da dringelassen tut ist anscheinend nix wert erhebt doch keinen sinn das stimmt ne wir kriegen echt in jedem wirklich aber in jedem äh airdrop ist ein toilet so wer weiß wo die base ist die arrainen wollt ich bin q18 wer denn jetzt schreiben sie in kommentare das habt ihr doch alles gestellt warum sollte jemand uns das drinnen lassen aber es ist wirklich so leute glaubt es einfach ja wer folgen wir und dann geht es könnte ich glauben der lüchten die nur seinem alter und bilder aber knapp 40 h ich bin ich schon so vergesslich lebt sich als vampir als vampir wie ist denn das so leben so ich bin kein vampir hast du für die südstaatland damals gekämpft ne ist die anspielung aufs alter hier ach nee erster wo die geht auch schon auf die 40 zu niemals hab schon mehr vergessen als du je gewusst hast in der europäischen europäische das ist so hat er gehört die base zerfällt hier nicht die aber wir haben sie vertrieben sie kamen schon ewig mehr wieder haben wir ja meistens erfolgen am ersten tag werden meistens mal geärgert und dann zu zweit nehmen wir immer ruhe dann ärgern wir zurück dann haben wir sie vertrieben warte mal ein bisschen weiter darüber du bist der navigator hier und die wir sind sogar schon zu weit wir sind doch in diesem dörrchen alter schalte ich mal jetzt langsam waren die scheiße wie war doch hier irgendwo q18 ist geradeaus ach ach diese raidvorbereitungen immer vielleicht haben die ihre base unsichtbar gemacht hm ne hier unten ist da ein klein schlenker gelaufen wo denn auf 70 auf 70 wo seid ihr hier im berg und da bist du ich bin schon da ach doch hier oder was na alter mann ist ja kein dazug wo war die andere die andere ist auf 180 180 meter weiter hier ist noch ein bisschen trick über dann schlemm mal weg ja frage ist wo wollte er reingehen die rechte in der ecke rinnen hier ja ok da gibt ein stein da wird hier der haupt base teil sein aber wer baut eine base aus holz alle die immer keinen bock haben immerhin haben sie schon mal ein steindach aber die ist auch noch nicht so lange da ne 200 leben noch das wird teuer du musst mehrere ecken äh warte 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 du brennst da solange bis eine flamme entsteht gehst ein stück weiter damit mehrere flamme herde gibt ja das ist verbrannt das äh naja naja ich hab keinen bock mehr zu warten ey ne das springe geil also egal bei holz rückt das auch wie viel ist denn da noch da da hab ich den hild gegeben da hab ich den hild gegeben ey nice die tür ist ja ja offen ey pust rein oh die pustet und bei ihm kommt Feuer raus ein zettel äh wird nix drauf hat der überhaupt ein tc hier nix 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 da hast du ja eine tolle base aus und sich zu drehen alter pssst ich mach näher ein zettier silent raid hier ist der tc 700 steine 600 holz und nicht mal 50 äh metallschlitter hier oben sind die kisten nix naja ist jetzt kein prof der erscheint ein übelster anfänger zu sein er hat nicht viel gezockt er hat nicht viel gezockt er hat nicht viel gezockt Mainhaus Mainhaus hat eingeschrieben mal kohle die hosen immer noch mit verlad panel heli kommt rein kommt rein ja ich bin schon drin hier fliegt weiter hier fliegt weiter da ist was los zwei hebis jagen äh jagen sich gegenseitig komm wir machen die nächste äh äh bitte auf ok ist das die hier ohne türen ja weil da keine türen ist doch da ist eine Tür ja warte 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 kannst du von oben hin drauf ja ja gut wir können natürlich jetzt entweder durch ach wir gehen jetzt nicht zwei türen durch das ist gut oder wollt ihr jetzt unbedingt oben die platte machen na mir ist es egal ey mach mal zwei türen warte dann pass du mal auf dann auf noch einer ja noch einer ja oh ich wurde beschossen ok gieß dich oh fuck oh ja da hinten ist einer ja mach mich schon auf hier kommt rein kommt rein kommt rein ja ja können wir uns besser verteidigen ich guck mal was hier ist die kommen die kommen ok ich hab ich halte auch die Tür ja ich auch oh ich bin down quack bist du auch down? ich bin down ja die ersten habe ich aber der ist erledigt ne der erste der reinkam ja ja der erste war aber tot das Problem war wir haben uns geblockt und die Flammen haben uns dann runtergebrannt das ist nicht weit weg wir könnten auch mal hin wenn ihr wollt ja gehen wir einfach mal so hin rein der leer ist weg ja da gehen wir morgen nochmal rum machen wir nochmal ein Ding glaube ich schon mal ja ja heute vielleicht versucht mit der bolti den zu holen kannst du hier aufsetzende meines oder so oh man spitzenmangel ah nein ach egal im kühlschrank drin sind wir hier reingetroppt das ist eine Rüstung äh das ist eine Rüstung wollen wir mal wieder ach quatsch auch noch ein Hesse spürzen spürzen du gehst das nach oben oder was bitte einer geht nach oben oder der bolt oder was ne ich gesagt wir nehmen die bolt mit ach so naja dann mach mal können sie ja nicht oh ich mach alles zu oder ah ich sehe ich sehe sie das ist hier ein glaub ich nur ah der jump dann ne ich hab ihn auch gesehen ich bin aber mir nicht sicher ich glaub der hört ja nicht zu scheißegal umlegen ja aber so verraten wir uns doch schon dass wir der nähe sind von dem ja der rennt da aber auch hin zielstrebig ja 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 ne ein hitt hab ich bloß gesetzt ey bist du down? nein nein, nein nein nicht ich geh mal zur base da gucken, ne gehai ich noch nicht so viel jetzt ein bisschen stöller ja jaja einer mit bogen push zu dir ich bin ich bringe es du mit dem herz mit nein ok dann ist auf 80 einer oben auf dem stein zwei stück ja die haben uns nicht gesehen aber mich leute halt dann schießt doch auf die wenn er da seid man ich habe sie nie immer gesehen wegen den bäumen aber ich schleich mich daran was haben die für waffen thompson da hinten läuft ein auf 70 noch ein hit headshot hat er du musst mich heilen ist noch da ja ich bin hier oben okay er ist aber nach rechts wieder rüber gerannt geradeaus war einer ein müssten wir haben den hat mit zwei dreimal getroffen richtung 130 da irgendwo ist einer hingerannt dann habe ich nicht da umgekommen aber der hat ein paar jetzt gleich sehen ich sehe ich sehe so zwei stück sind das beide in die richtung in richtung osten ok eine koordinate ungefähr er ist 19 laufen zum bahnhof wir kommen da ziehen sich wohl zurück ja wo sind jetzt bin auch recht güterbahnhof der nackte sollte er mit ihnen ablenken damit ablenken ich bin es an diesen vielen Containern hier können die überall sein naja einer ist einer schon dauernd den nackten den nackten habe ich noch ein das sind die die uns getötet haben dann lassen wir alles hier abchecken er hat mich da auch hinter der Mauer gekämpft er hat mich gar nicht gesehen der Limmel die aus Prozent er kommt immer zu der Welt das war auch schon weg sein ich gehe noch mal an dem hauptgebäude aber da müsste eigentlich eingelegt haben hattest du den gelootet wenn ihr jetzt hier nicht bevor wir jetzt zum güterbahnhof wurde ja gekillt dann müssen wir mal gucken da könnte eventuell noch jemand liegen hat noch ein die haben sich hier versteckt einer rente an eine kuppel richtung 280 und das in eure richtung kommen aber das seid ihr der nächste der war hier auch mit holzkleidung ne hier konnten trage an irgendwas müsste der gewesen sein die hatten die sache nicht dabei das war nicht das könnte gewesen sein die könnten eventuell wir wollen die base haben hier und kam zurück weil sie dachten wir kommen auch nochmal zurück um uns weiter abzuluten oder die haben irgendwo versteckt gemacht weil die sind ja so zielstrebig oder zielstrebig dahin gerannt wo wir geradet haben wir werden ja gleich die leiche von dem einwesenden das sei denn die haben weggehackt oder so was hat wieder ein mit der thompson die sind ja mehrere die thompson ja auch bei mir mit mit spritzen was ja bei mir spritzen und hält aber wo ist die waffe ich habe sie ich habe sie okay dann waren das die wahrscheinlich wer hat mir dabei hatte mal nicht da mein körper da noch mit denen hatten wir von der von da vorne glaube ich die mein körper hast du hier wurde hier auch getötet haben die alles eingesackt thompson mit licht wo ist denn die kaputze hin hier bei mir das heißt wir haben uns mit einmal diesem schuss vorhanden die dalle erledigt seid ihr an der base direkt wir kommen gerade an der base ja dieser schlie oder so heißt der eine der hat ja richtig viele steine mit und so ist alles noch da gar nicht meine waffe nicht garagentor und spritzen nein ich habe doch doch warum haben wir uns nicht getötet gelootet die wurden wahrscheinlich auch gekannt hat oder so ich höre welche ich glaube ich höre welche nicht zusammen dann bleibe ich mal hier ich höre was erwart ihr das die expo ammo ist da aber nicht mehr die werden das schon mitgenommen haben vielleicht waren die auch aber alles andere ist noch da die waren da vielleicht voll jetzt liegen ja auch zwei leute in der base lang von ausschaut die ist nichts gelootet worden ja und wo ist die expo ammo ich habe nichts gesehen ja dann haben die wahrscheinlich nur das beste mit dann sind wahrscheinlich dann mit panik dann schnell raus bringt das recht schnell 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 oh mein gott es sind noch zwei sechs steine ich hätte noch was platz ich bin voll und ich halte jetzt auf ja stein tonju heißt da eine schlafsack ok ist gerade einer gesprungen ok die sind oben drauf dann soll ich mich opfern dann gehe ich raus dann lass mich mich opfern ich würde sagen dass das oder machst du das geräusche hier auf dem ich habe die kiste aufgemacht komm scheiß drauf dann lass mich da vorgehen und lass mich vorgehen nee ich will ok 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 nytt ok ok ook ok 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 Ich hätte die zum Schießen nehmen sollen. Das war schon gut gemacht. Unser Problem war einfach, die Flammen haben uns niedergebrannt so schnell. Und wir haben uns selber geblockt. Wir konnten uns wohin. Hätten die bloß gestorben. Ich weiß auch, dass das ein guter... Also die waren volle Crypti-Spieler. Die hatten Metallmaske. Das ergibt für mich keinen Sinn, weil alles noch da ist. Wahrscheinlich haben die sich nur die Explo genommen, weil die dann andere Zeug nicht gebrauchen können. Und dann kamen die anderen Spieler wahrscheinlich auch noch vorbei. So würde ich mal denken. Da vorne steht ein Pferd. Das steht, glaube ich, schon länger da. Okay. Naja, sollen wir eine kleine Aufnahme bekommen? Fertig. Dann geht dann die Folge jetzt schon. Mal gucken kurz. Oh ja, 22 Minuten. Mach dem Pferd mal auf, bitteschön. Ja, danke. Ja, wollen wir mal los oder machen wir jetzt hier Schluss mit der Folge? Ist ja legal. Ich kann doch noch einmal los. Äh, Heli. Heli-Kuppel. Jetzt. Ich habe eine falsche Waffe dafür, Mann. Ja, ich auch. Ach, siehst du, die Semis sind weg. Ja, die Semis und die... Ja, dann haben sie sich gedacht, dann lass uns schnell... Ah, da kommt er schon. Einfach zu schlecht mit der Waffe mal zu treffen, ey. Ja. Zu weit weg. Ich meine, wir haben es ja auch schon ein paar Mal... Ey, das ist ja da immer noch... Ey, wisst ihr, wat? Wat? Wendet ihr mal bitte? Ui. Ich bin voll. Was machst du? Ich renne jetzt da hoch. Noch mal ein Heli. Ich bin voll. Okay, ich schreib mir das dann hier weg. Das ist nicht der? Das war der, der kam aus der Richtung. Also, das war der? Also, ist er gelandet jetzt, oder wat? Der ist weggeflogen wieder. Achso, ich dachte noch ein Heli. Gut, erstmal ein Cut. So, also, wir werden die Folge jetzt jedoch beenden, äh, weil, ähm, bald alle offenen gehen. Wir werden jetzt aber noch eine Folge gleich machen, äh, wo wir das alles squappen gehen. Das hier, das hier, das hier, das hier. Dann fliege ich mit Energetics, gehe ich mal von aus, schnell zum Außenposten. Wir werden dann die Karten verkaufen, um squappen zu bekommen. Genauso, äh, werden wir mit dem Zeug dann, äh, zum MPC-Außenposten, ähm, fliegen, den Squapp umtauschen in Zahnräder. Und ich mache überall noch HQ-Türen rein. Und, ja, wenn dann noch eine Folge kommen sollte, dann sollte er mit mir alleine, weil die anderen werden dann auch reingehen. Ist das ein Plan? Ja. Ja. Gut, alles klar. Dann tschüss und bis zur nächsten Folge. Dann tschüss und bis zur nächsten Folge.